Wenn man eine Exponentialgleichung hat, Exponentialgleichung heißt, x ist oben im Exponenten, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, aber das Einfachste, nicht das Schnellste, nicht das Eleganteste, das Einfachste ist so der Logarithmushammer, auf beiden Seiten Logarithmus. Da muss ich aber wirklich so die ganze Seite, hier den Ellen, hier den Ellen, Ellen linke Seite, Ellen rechte Seite. Und jetzt kommen die rechten Regeln des Logarithmus. Ich habe hier ein Mal, aus dem Mal wird ein Plus. Das heißt, ich habe hier Ellen von 2 plus Ellen von e hoch 2x minus 3 ist Ellen von e hoch minus x. Nächste Rechenregel, man kann diese Exponenten so nach vorne schmeißen. Und das kann man auch hier machen. Und dann habe ich das x befreit aus dem Logarithmus. Ellen 2 plus, schöne Klammer machen, 2x minus 3 mal Ellen e gleich. Minus x mal Ellen e. Nächstes, Ellen e ist 1. Das ist 1, so 1, das ist 1. Das ist eine Zahl, die bleibt stehen. Plus vor der Klammer, die Klammer kann ich weglassen. Also Klammer mal 1 ist Klammer. Also Ellen, da bin ich. Ellen kein Minus. Ellen 2 plus 2x minus 3 gleich minus x nur. Und jetzt ist es nicht mehr schlimm. Alle x auf eine Seite, der Rest auf die andere Seite. Das Ergebnis wird krumm sein, aber es wird ein Ergebnis geben. Da haben wir irgendwie mehr Platz. So, da sind wir. Ja, kann er nicht, mag er nicht. Ah, er kann immer nur 1 davon. Das quetscht mir noch hin. Also 2x, dann haben wir hier 3x gleich 3 minus Ellen 2 dividiert durch 3 und es kommt dann raus. x ist ungefähr gleich 0,769. 0,769. Gut. Auf der nächsten Seite jetzt die zweite Lösung. Also da habe ich ein 2e hoch 2x minus 3 gleich e hoch minus x. Man kann über die Definition gehen. Über die Definition. Und wenn dann ist mein Ziel, dass ich sowas habe, irgendwie ein e hoch irgendwie 3x plus 7 gleich 12. Und wenn ich das habe, dann kann ich den Logarithmus nehmen. Ellen Basis. Die Basis von dem Ellen ist natürlich Logarithmus der Basis e von 12 gleich 3x plus 7. Und Logarithmus der Basis e ist der Ellen. Also Ellen 12 gleich 3x plus 7. Was haben wir gemacht? Vielleicht nochmal ausführlicher, wenn ich das hätte. 3 irgendwie 7x plus 1 gleich 12. Wie kriege ich das raus? Also der Logarithmus zur Basis 3 von 12 ist 7x plus 1. Und dieser Pfeil, da gehe ich über die Definition des Logarithmus und habe das x schon fast befreit. 1 rüber durch 7. Hier auch. x ist schon fast befreit. 7 rüber durch 3. Und das will ich hier hinkriegen. Also wie komme ich von hier nach sowas? Alle E ist auf eine Seite, der Rest auf die andere Seite. Und vor allem brauche ich Platz. Sonst geht es ja nicht. Zack. Jetzt geht es. Also dividiert durch, dividiert durch e hoch minus x und dividiert durch 2. Dann habe ich e hoch 2x minus 3, dividiert durch e hoch minus x ist, ja und hier habe ich 1 halb. Weil dividiert durch e hoch minus x, da bleibt dann ein 1 übrig. 1 durch 2 ist 1 halb. Hier Potenzgesetze, das da. Wenn ich sowas habe, x hoch 7 mal x hoch 5, dann habe ich x hoch 7 plus 5 und x hoch 7 dividiert durch x hoch 5. Dann habe ich x hoch 7 minus 5. Das wird so minus. Dividiert, wird so minus. Warum? Weil wenn ich so einen Bruch hätte mit 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben ja 5, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Naja, da kürzt sich einiges raus. Dann kürzen sich 5, 5 raus, 2 bleiben übrig. Ja, x Quadrat bleibt übrig. Also bei den x sieht man es, bei dem e ist es eben ein bisschen komplizierter. Aber es ist ein minus e hoch. Schöne Klammern. 2x minus 3 minus minus x ist 1 halb. Und jetzt habe ich es schon ein bisschen netter machen. e hoch, so, jetzt weiß ich, das ist 3x minus 3 gleich 1 halb. Jetzt Definition des Logarithmus. Also der Logarithmus zur Basis e von 1 halb ist 3x minus 3. Also der ln ist es plus 3. Also ln 1 halb plus 3 gleich 3x. Und damit ist x gleich 1 Drittel von dem ganzen ln 1 halb plus 3. Und wieder die 0,7 irgendwas 0,76.